Hallo Mario, lass uns nur eine Glücksglocke holen. Dazu brauchen wir einen Koopa-Panzer. Geh mal kurz in den Koopa-Panzer rein, dann kannst du den besser ablegen. Genau, gut an der Wand platzieren. Jetzt holen wir uns eine Katze. Damit führen wir die Attacke aus gegen den Koopa-Panzer. Und schon bekommen wir eine Glücksglocke. Super Mario!